Okay, wir spielen Road 96, Mile Zero. Das soll die Vorgeschichte sein von dem erfolgreichen Titel Road 96, der vor einiger Zeit mal rauskam. Ist aber ein etwas kleiner gehalten wohl und geht nur 3-4 Stunden in etwa. Die Vorgeschichte von der Geschichte, die ich eh nicht kenne, weil ich Road 96 nicht gespielt habe. Was aber halt sehr gut gewesen sein soll und deshalb habe ich gesagt, okay, gucken wir mal einfach rein in Road 69. 96, 69, der Chat sagt, irgendwas ist durcheinander. Mein Geist ist auch durcheinander. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ich kann einfach immer sagen, Road 69. Will it be to announce his candidacy for the upcoming election? And will the Black Brigades, the same terrorist group responsible for the attack at the Wall in 86, try to interfere? Cowards. You'll just have to tune in here to GNN to find out. What's that? Oh my, I've just received word that a large sandstorm is set to hit White Sands in only a few days as well. If you recall, the last sandstorm to hit White Sands, Sandstorm Colton, caused extensive damage. But don't worry. Authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occurs again. White Sands. What a truly wonderful place to live. And I would know. Like President Tyrak himself, I'm a resident too. And that has been your Sonya show. Total BS. I don't know if it's a Prequel or a Sequel. But the game will I first bring it to you. Fire! Bam, 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 bam. Yeah! 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 Es geht ein bisschen um Musik, man merkt es schon. Dut, 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 dut. What's happening? Aya! What's happening? Aya! Französischer Entwickler, deshalb sieht alles noch aus wie die Parfüm Werbung. Du, 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 du! What the f- What's up, Todo? Oh no. Hey, Todo! This way! Hey, Todo! This way! Hey, Todo! This way! He's so nice! Yeah, so no, this way! Ja! Woohoo! Tududududu Gefährt der Titel von Lied nicht ein aber ich ääh... kenn ihn Nein, ich möchte die Story fortsetzen, weil wir haben doch gar keine Story gehabt. Vertrauen Level In der Ferne sieht man Colton City. Ich war dort noch nie, aber Kaito und seine Eltern haben dort früher gelebt. Ich kann meinen Kopf um 180 Grad drehen, das ist nicht so gesund. Ich war eine Posaune, man braucht wirklich Talent, um sie so schlecht zu spielen wie ich. Wir sind es immer noch. Zee, es ist nur Aya, ich meine, sie war mein bester Freund, bevor du eigentlich. All die Drillung, die Pollution, es hat sie so schnell genommen, Mann. Ich hatte gar nicht die Chance, zu sagen Glück. Sie ist nie wieder zurück, du weißt? Nie wieder. Als die Geschichte, bevor Road 96 passiert ist. Zeit heilt alle Wände? Sie geht hart mit den Klischönen. Fn-Kanzer, Fn-Petrian-Oil. Aber dann kann ich ja den, äh, vorher erschienenen Teil ja immer noch nachspielen. Ja, ich weiß nicht so. Ja, ich glaube, wir haben alle unsere Dämonen, oder? Zee, du warst auf der Wände in 86. Du sahst alles das runter. Es ist so verletzt. Du musst mit jemandem sprechen. Bevor alles das dich in deinem. Ich sage dir, Zee. Attention, citizens. Werks sind in den Residenz. Hey. Sieht so, wie sie auf die Parkstage setzen. Probierlich für etwas Lame, wie ein Little Tyrax Concert. Was für ein Witz. Ja, richtig. Du kannst mich nicht einfach schocken. Probierlich haben sie ihre Posters irgendwo in deinem Raum. Weren't you gonna go to a concert of theirs once, with your dad? Ich erinnere mich bloß nicht daran. Als dein bester Freund, das ist irgendwie mein Job. Es ist immer so wunderschön für mich, dass dein Vater der Öl ist, du weißt? Für mich ist das auch seltsam. Ich glaube es ist. Anyway. Ich muss gehen. Ich war supposed to meet my mom at the square. See you later, Zee. Later, Kay. Say hi to your mom. Will do. Oh. And check out the tape I left you. Sure man. Catch you later. Auf jeden Fall sind es Entscheidungen, die... Ich wünsche dir wärst hier. Ich wünsche dir wärst hier. Intro-Fahrt. Akt eins, zwei, drei. Einstellungen. Oh mein Gott. Laut. Sprühfarben, Aufkleber, Sammelstücke. Nein, ich will es nicht beenden. Ich will nur von der Spielekonsole zurücktreten. Aber irgendwie... Muss man einfach sterben. Schönen guten Abend, Hartmau im Chat. Grüß dich. Was wollte ich sagen, es gibt anscheinend Entscheidungen, die später noch Auswirkungen darauf haben, was passieren wird. Da sie in Road 96, das weiß ich, von South wegläuft, ist das wohl wahrscheinlich die Entscheidung, ob sie wegläuft oder ob sie da bleibt. Alles okay, junger Blund? Ja, alles ist okay. Schau, es wird nicht lange sein. Schau, es wird nicht lange sein. Schau, wir sind nah an den Coatsen. Schau, einfach das Problem. Robert ist auf dich. Wer war das, Kaido? Was bist du von mir? Zynuasen willen? ich überlege gerade macht es irgendeinen unterschied wo ich zuerst hingehe wahrscheinlich nicht ich habe das gefühl in einem kommunistischen staat zu sein die in arbeiten ist oft unangenehm mit mir zu sprechen vermutlich ist daran dass ich die tochter des ministers bin ja madam we we don't want any trouble good day wieder mit der propaganda ja genau schutzausrüstung für den sturm von den arbeitern wird erwartet dass sie den bewohnern bei den vorbereitungen helfen das ist kein land was ich gerade erst erfunden habe noch eine stelle von präsident thürack genauso schön wie die anderen ja in der tat wovor die tochter des ministers ich frage mich wie viele pflanzen in white sense während dieser witterung sterben und schon habe ich ein anderes mixtape gefunden diese abbildung zeigen dass petrias ölinfrastruktur das ganze land erreicht auch colton city mein vater spielt dabei eine tragende rolle die hauptstadt von petria ich glaube tierak war dort vor kurzem in einem ganz entspannten öl produzierenden land der grümmel bewacht das tor schon seit ich denken kann seit 16 jahren kann ich white sands verlassen werden autos durchsucht um mehr von diesem tollen land zu sehen und ich sehe dass das spiel teilweise fps einbrüche hat auch wenn es jetzt nicht sehr aber nicht das hübscheste ist wie verlasse ich white sands ich möchte mehr vom land sehen sind sie da sicher ein hoch auf tierak und colton nein bis später kann man ganz kurz hier reinschauen tut 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 hier bekommt man peste für die ausreise aus white cent Die wollen White Sands verlassen. Warum nicht? Ah ne, oh, verstehe, habe ich jetzt gesagt. Weil die Maus, äh, der Controller darauf ausgerichtet war. Natürlich nicht. Ich bin ja kein Unmensch, ich bin nur Tochter des Ministers. Jetzt melde ich sie trotzdem. Mein Gott. Hm-hm. Ich bin einfach Regierungsfeind. Geld aus der Tonne, cool. Ein Arbeiter könnte das gebrauchen. Wenn sie etwas sehen, melden sie es. Ich hatte die Augen offen. Ich halte die Augen offen. Sie sieht genauso aus wie der Typ draußen. Dann guck dir Sonja an. Pech gehabt. Weggegangen, Platz vergangen. Das war's für heute. Wie man sieht, habe ich noch keine Ahnung, was ich zu tun habe. Wieso ist das praktisch? Ich weiß, was sie meinen. Ich könnte auch die Zeitung austragen. Ich würde sie alle in die Mülltonne schmeißen, weil Propaganda-Blätter. Es ist seltsam, aber ich möchte es tun. Das ist sehr nett von dir. Du bist sicher? Das ist wie ein Job. Bis zum nächsten Mal, Frau Zoe. Hier sind die Pfeife. Gut, Frau Zoe. Frau Zoe, hi! Was ist das? What the heck? Frau Zoe, die Pfeife? Mehr oder weniger. Da, nehmt meine Presse! Gratulation! Pressefreiheit! Das ist das. Oh, oh. Adam Zolli hat paper! Run! Ha, ha, ha! No need. To the paper already. Das gedrückte Wort ist stärker als jede Waffe, genau Hardmore. Oh, you're done. Thank you, Madam Zoe. I was just talking to Mr. Lin. Kein Problem, ihm hat Spaß gemacht. Hat Kaito mit einem großen Mann geredet? No, Kaito doesn't talk to anyone like that. Aber ich habe ihn gesehen. No, you didn't, Madam Zoe. Ich verstehe nicht. Please, you didn't see him talking to anyone. Understand? Er hat mit niemandem gesprochen. Well, I should get back to it. Oh, if you'd like, you can check in on Kaito. I'm sure he'd feel better if he saw you. Klar. Mach ich gerne. You know where we live, right? Just down the steps there. It's one of the basement apartments. Bye, Madam Zoe. All workers are to begin lunch reparations while the rest is. Thank you. Madam Zoe, can I help you? Whoa. Do you do that a lot? Ab und zu. Oh, ich wurde dabei aufgenommen. Hier wohnt Kaito. So. Oh, ich bin jetzt mal dabei. Oh, ich bin hier. Du hast mich auch hier oben drauf. So, ich bin da unten auf. Ja, das sollte. Und jetzt habe ich mich gemacht. Ich bin da unten drauf. Das ist gut. Oh, ich bin nicht. kato ich bin zui ich habe keine eigene synchron stimme außer ich bin in der sequenz drin die toiletten habe ich bisher nur in filmen gesehen in horror film ich denke ich würde dich ausspionieren ich gucke mich nur um ich habe deine zeitung ausgetragen ja ich habe gearbeitet ich glaube ich habe jemanden verletzt wie hast du noch einen job warum arbeitest du nicht ich mache dich gerne nervös aber klar wieso ist das quatsch das glaube ich dir nicht da hast du recht aber er lebt er jetzt hier er hat sich ja in letzter zeit was geändert dann zeig es mir ja ja Du kannst sehen, du kannst. Ist Carlton City wirklich das Ort der Kondenssitzung? Ich meine, Katria ist nicht perfekt, sicher, aber schau mal diesen Ort. Oh! Um, was? Ich sage, ihr wisst, was du wirst? Was ist das? Es gibt keine Entscheidung vom ersten Teil, war es alles. Das ist die Vorgeschichte. Ich muss da keiner nicht rüberhüpfen, ich muss ausweichen. Was ist mit all den T.V.s? Jan and his government run. Opsal, gute Musik. Wo ist das doof zu sehen? Ja! Was ist mit dem, was ich will. In this land, in this land, in this land, I'll talk with you. Mein Gott, die ständigen Perspektivwechsel machen mich irgendwie ein bisschen fertig. Wir sehen Punkte nicht so wichtig. Für mich geht es eher um die Geschichte. Das kannst du natürlich nicht. Was machst du da drüben? Sehr verdächtig. Ah ja, was denn? Das ist echt cool, Mann. Mir ist so langweilig. Das ist mein Problem, weil... Du dich um mein Wohlbefinden sorgst. Mein Papa selbst langweilig ist. Das ist wahr. Was machen wir normalerweise, wenn wir nach vorne kommen? Das ist der Sticker, den ich gesammelt habe. Das wird die Stickerwand sein. Darin zerstören und herumschreien. Ja, aber wir können das nicht. Nicht immer. Ich weiß. Wahrheit oder D.A.R.E. Du liebst White oder Pflicht? Überraschendlich so. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Du gehst erst, Zee. Wahrheit oder... Du weißt. Okay, Pflicht. Wow, Zee. Zee. Und Widerre sind direkt aus dem Biss. Sehr kalt. Okay, okay. Ich beginne mit einem einfachen. Siehst du diesen Peppel da? Versuch ein Ziel zwischen den beiden Kufen. Ja. Okay. Okay. Ich glaube, das war viel zu einfach. Hm. Daher. Rufe Wildschlaues. Warte und lerne. Lass mich einfach... Okay, gut zu gehen. Vote for Senator Flores! Stop yelling, kids! But maybe I will! Thank! Danke für ein Primesab Eisenboson. Auf eine seltsame Art ja. Okay. Your turn. Let's see. Mehr Pflicht. Okay. Got it. I dare you to do a handstand. Nice! Hahaha! Hold it! Not bad. Not bad. Think I'll go with the truth this time. Der war der Typ, mit dem ich dich gesehen habe. You saw that? Das habe ich. That was... Ich warte. A family friend. From Colton City. Warum hat der nicht einfach angerufen? Well, it's nice to see him in person. Was wollte er denn? Just to give my parents and I some info. About our family and friends. And he gave us some money too. Der gehört zur Untergrundbewegung. Geld wofür? Sie, I'm poor. That's why I have, like, the only basement apartment in White Sands. Dude, you live between Tyrak and Sonja Sanchez. It's absurd. Das glaube ich dir nicht. It's the truth. Now, come on. It's your turn. Da habe ich, glaube ich, vier Fragen gestellt. Truth? Oder dare? Äh! Mehr Pflicht. Let's see what this wicked imagination can drum up. I got it. I dare you to jump into the dumpster from here. Wait! I forgot about those old sandwiches in there. Ne, es gibt über alte Sandwiches. Da liegen zwei Kassetten im Müll. Darn, bist du alls? Ah! Zoe? Zoe! Kannst du mich hören? Gut, du bist glücklich. Ich dachte, ich hätte deinen Vater zu erzählen, dass du dir nur eine erzählst. Verdeige dich vor der Königin, Kaito. Ach nee, verdammt. Ich habe noch eine Pflicht für dich. Eigentlich muss ich gehen. Entschuldigung, ja. Ich habe ein paar Dinge zu tun heute Abend. Für meine Leute. Schau, wir treffen uns später, okay? Der erste Tag, ich kenn dich. Du warst so süß. Und meeting dich war wie ein Traum. Du hast mich auf meine Füße. Und jetzt, jeden Tag, ich bin glücklich. Und in meinem Herz, ich fühle. Ich küsse dich ein hundert Mal. A thousand Reasons. To stay right by your side. The way you make me feel. Touch the sky. Feel alive. The way you make me feel. After one of milking miles. And I'm very clear, I've started. You swept me up my feet. You swept me up. The first day I met you. Ach, das wäre so eine Mucke, die höre ich mir in Entspannung an. And meeting you was like a dream come true. You swept me up my feet. And now every day I'm lost. And in my heart I feel. I kiss your lips a hundred times. Im Präsidentenpark. Mit einem Streifen auf ihrer Uniform geahndet. Ich habe immer noch keinen Zugang zu der Situation. Vom Emotionalen her. Außer wir sind in Roborica. Das Land in dem Roboter noch Roboter sein dürfen. Oder so ähnlich. Kaido sagte, der Stage hier war für etwas. Ich sehe einfach die Zweifel. Eine Vermisstenanzeige. Es gibt Gerüchte, dass diese Leute im Gefängnis landen. Oder schlimmer. Der Wilson, der zuständige Plakatierer von Whitesense. Da, ich sehe John. Nicht hier, Kaido. Da? Sir? Es ist die Weed-Wacken. Last week, wir waren in der Mitte einer großen Taishi-Sech. Natürlich, Sir. Das kann ich ja wohl selbst entscheiden. Die beiden erinnern mich an das Königsspiel, was wir gespielt haben. Mit dem Chat in Twitch. Wo wir aber eine Statue in Auftrag gegeben haben. Und das Geld hat nur für die Beine gereicht. Und dann wird das Projekt aufgegeben. Joachim, du wirst nicht wissen. Tyrek ist eine große Anweisung in drei Tagen. Du hört es nicht von mir aus, aber ich glaube, dass der große Mann seine Kandidat anbauen wird. Imagine sie zehn Jahre Jahre mit dem T-Train als Präsident. Toll. Weil verliert er ja. Ich mache mir keine Sorgen deswegen. Schön, Sie zu sehen, Herr Lin. Ich kenne sogar wirklich eine Familie Lin. Sind Sie gerne ein Arbeiter? Arbeiten ist hart. Eine Sache noch. Hat sich Kaito in letzter Zeit seltsam verhalten? Kaito ist immer wunderschön. Ihnen ist also nichts aufgefallen. Well, lass mich denken. Nein, nein, ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Aber vielleicht sollten Sie Anzu fragen. Sorry, Kaito's Mutter. Habe ich bereits. Well, da hast du es. Ich sollte wahrscheinlich zurückkommen. Unless Sie haben etwas anderes, was Sie mir fragen möchten? Nein. Ich möchte noch mehr Müll durchsuchen. Nein. Ist das eine Frau, Zoe? Die richte sind... ...strange hobby. Ist das eine Frau, Zoe? 달zahl okay time to stretch our growings is our father not feeding her or something Das ist mir zu entspannt hier bei denen. Auch dafür wollte ich einen Code haben. Warte, was machst du da? Was meinst du damit? Was dagegen, wenn ich mitmache? Was meinst du, ich dachte, dass du nie fragst. Also, wie ich gesagt habe, wir brauchen den Sprecher-Panel in diesem Schaden. Aber ich weiß nicht den Code, und ich kann nicht fragen, ob mein Vater natürlich. Ich fühle mich, Zoe Magic ist Code für Zoe-Kriminalaktivität. Ich mag es. Zoe, wo gehst du? Darüber nachdenken, wo ich den Code herkriege. Hm, oder einfach den Schloss knacken hier hinten. Ein bisschen Wasser und Petrianiaöl. Vielleicht bekomme ich Superkräfte, wenn ich hineinspringe. Vielleicht werde ich auch nur zu meinem Vater. Papier, auf denen steht, dass diese Kisten Vollwerkskörper beinhalten. Wofür? Keutennationale Geburtstagsfeier ist erst am 11. April. Könnte es etwas mit Tyraks Ankündigung zu tun haben? Petrias Jugendprogramm entworfen von Tyraks. So kann man seinen Sommer auch verbringen. Das nennt sich Umerziehungslager. Das ist in einer Gartenlieferung. Da steht auch, dass alles in den Schuppen im Park gebraucht wurde. Code 7277. Klasse, ich hab den Code. Ein Lieferschein, in dem etwas über Funktechnik und einem gewissen PB steht. Und noch mehr Feuerwerkskörper. K&Z. Kicken ass, and taking names. Let's try it. Come on. K&Z. 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 Ich muss ja nochmal nachdenken, weil ich nicht mehr genau wusste, was der Code war. All the power to the box at the bottom right. Careful, see? Heavy Metal ist das beste, Junge. Ich habe keine Ahnung, warum es diese Rides dazwischen gibt. Ich habe überhaupt was zu tun, an dem Gameplay. Let's go! Doot, 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 doot! Oh, look, my children! We'll get you! We were in the middle of an important stash! Don't let them get away, my children! Doot, 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 doot! Ach, ich habe den ja nur gestriffelt an der Seite. Das ist das. Du, 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 du! Du, 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 du! Du musst das halt. Ja! 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 Die Stages sind aber ganz cool gemacht, immer passend zum Musiksetting gerade. Die Stages sind aber ganz cool. Hm, verstörend, aber umsichtig. Was geht dir durch den Kopf? Entschuldigung, Mann. Ich glaube, ich habe viel auf meinem Kopf. Dann erzähl mir davon. Du meinst nach dem Tod? Haha, nein. Entschuldigung. Ich glaube, das war wunderschön. Wie, was ist auf der anderen Seite der Grenze? Was ist das Leben da? Habt ihr immer über das Gefühl, Zee? Manchmal. 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 Ja. Wir können weitergehen. Wir können die Grenze überlassen. Wir können alles hinterlassen. Wir können ein neues Leben. Ja, nein, ich höre dich. Es ist... Es ist verrückt. Vergiss, dass ich nichts gesagt habe, okay? Was hast du was gesagt hast, Zwingkart? Ja, danke. Ja, danke. So, was willst du machen? Du weißt, wir haben nie mit den Spray-Cans, die wir gefunden haben. Wir sind für ein bisschen... ...hideout-Makover? So, was are you gonna make? Hm, hm, hm. Always dreaming, Zee. I don't know yet. I think I'll surprise myself. Art's better that way, anyhow. Hands are to your left. ... ... ... ... ... De-de-de-de-de-de-de So was freier mit Controllers immer aber es ist nicht so einfach. Was soll ein Tag bedeuten? Ich sehe es ja. Ich wusste nicht, dass ich einen Tag meinen soll. Ich dachte es ist Ostern, deshalb kann ich ein Osterhase werden. Was denn? Ich kann essen und gleichzeitig reden. Hm. Als wenn er hier wirklich Gewicht heben machen würde. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich höre nachts immer auf, also wenn ich mit dem Auto unterwegs wäre, höre ich Deutschlandfunk mal um Mitternacht. Dann kommt die deutsche Nationalhymne und die Europa Nationalhymne. Immer um 0 Uhr. Wieder kurz vor 0? Das sieht auf jeden Fall vertrauenswürdig aus mit dem Garten. Das sieht aus wie Guybrush-Streetwood als Kind. Wenn er auf eine englische Schule gegangen wäre. Ja. Ja. Die Takt selbst wenigstens besser als ich malen kann. Wo sollen die Personen sein, die das sagt? Die Taktunion. Ja. Ja. hm 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 Ach, da war die Kamera. Da bestimmt gar... Ich werde bestimmt Staatsfeind Nummer 1. Mein Gott, sprach es heute echt was Schlimmes wieder. Wir Jugendlichen indoktriert werden von der schwarzen Brigade, die natürlich die Bösen sind in dem Fall. Der Sohn vom Anführer. Ja, Colton? Wenn? Als lange du mich in eine Rhythmische Weise bewegenst, sollten wir einfach gut sein können. Ich verruhe wholeheartend. Ich verruhe wholeheartend. Ich verruhe wholeheartend. Ich verruhe wholeheartend. Ja, manchmal trickert doch, äh... Ein ganz guter Humor durch. Ne, das mit Pfeilrücks hier auf der anderen Seite runter. Ach, da waren wir so häufig besoffen drauf. Ich meine, als Kinder gespielt da drauf. Können wir uns wieder? Das ist schon sehr gut. Machen wir uns wieder. Ich versuche, bei. Bei. Nein, es ist all, äh. Geh, bei. Aber jetzt sind wir bereit. Ja, wir brauchen bereit. Oh ja, wir brauchen bereit. Mein Swimmingpool, ich benutze ihn selten, seit ich kein Kind mehr bin. Aber es ist ein relativ schönen, langen Swimmingpool. Sehr wohl, der Fahrer meins Fahrt, seit ich jünger war, gab er mir immer Süßigkeiten. Mann, wie ich diese Zeiten vermisse. Wer ist der Kerl, Papa? Wie bitte? Aber ich will keinen Bodyguard. Ich bin nicht Colton, Papa. Was hat das mit mir zu tun? Warum darf Kaido mich nicht besuchen? Und schon war ich weg. Liebe S, du bist die Sonne meines Universums, die Marmelade in meinem Berliner, dein geheimer Verehrer. Die Marmelade in meinem Berliner? Was in aller Welt? Aber noch kann ich alleine rumrennen. Sonja Spool, die Leute sagen, er ist mit Champagner gefüllt. Eines Nachts haben Kay und ich das testen wollen und daraus getrunken. Ich muss sagen, das war der schlechteste Champagner, den ich je getrunken habe. Sonja ist die Nachrichtensprecherin. So. Die Ecken abgesucht. Jetzt können wir mal gucken, was wir bei dem Jüngling machen können. Wir sind mal bei unserem Freund. Hey Steve, wie geht's, meine Lieblingswache? Hi, Madame Zoe. Ich höre, Sie haben einen neuen Bodyguard. Ich weiß, es ist schrecklich. Sie kam hier vorhin, hat sich zu erinnern. Cooler Typ. Wir haben Pläne, um zu bauern. Madame Zoe, erinnerst du, wenn du Colton babysitst? Die Bezahnen war schlecht, aber ja. Komm nicht mehr mit, Steve. Oh, das Spielzeug. Das Palastspielzeug. Warum, weil du den Grundriss vom Palast brauchst für deine, äh, für deine Untergrundbewegung. Mein neuer Bodyguard. Was? Anyway, wie werden wir sie vorhin kommen? Wieder Zoe-Magie. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Oder? Alternativ? Wie? Did you really just follow me over here? Dude. Ah, I need you to distract your dad, see? Remember? What is it now, Zoe? Zoe, I have responsibilities to this country. You know that. Aber das ist auch Pflichten gegenüber deinem... Absolut, Sir. Für deine Tochter. Warum darf Kairo nicht hineinkommen? Ach, Kairo. We've been over this. You're my daughter. As such, you ought to be careful of the type of individual you associate with. I don't know this, Kairo. Nor his parents for that matter. As you can see, Adam, my daughter can sometimes be very peculiar. I can see that, Sir. Very peculiar indeed. There you are, Madam Pemi. Mein Gott. Oh, sorry. I'm Adam. Your dad hired me to be your new Bodyguard. Ja, ich brauch keinen Bodyguard. Your dad. I mean, Minister Muller. Thinks otherwise. A lot of whack-jobs out there. I guess you need to talk to your father about that. Hehe. But don't think of me as your bodyguard. As was sollte ich sonst betrachten? Think of me as your slightly older friend. With a mustache. Hehe. Was geschieht hier gerade? Adam, another word! Oh. I guess I gotta go. But stay right here, okay? Because you and I have some serious hanging to do. Is that guy gone? I can't believe you have a bodyguard now. The door's locked. Got the key? Oh, kein Schlüssel. Ich knack irgendwie selbst meine eigene Bude. Mein Gott. Was passiert? Wobei mir eingebrochen. Hahaha. Dang, dude. You should like turn to a life of crime. Come on. You're cleaned. Nice. Du musst doch nicht wohnen. Und ich glaube, ich habe genau dieselbe Wäschetonne. Meine Mutter und ich, das wurde vor einer ganzen Weile aufgenommen. Ich vermisse sie manchmal. I'm not. For you. This is clean. So. This toy Tyra gave you. Oh. Like a box in your room. Respektiere meine Privatsphäre. Das war's für mich. Oh, nice! Yeah! Sally! Oh no! It's my first day! Please! Pass her now! Whoa! 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 I'm really strong. That was hell, yeah. I don't give a shit If I even ever wake up in the morning Down below There's a pile of shit Always waiting for her, waiting for her warning Someone said it's all right I'm beating now I'm playing for myself Don't worry! I won't step on you! This way, Adam! Ah, verdammt! I won't step on you! Someone said it's all right Someone said it's all right Someone said it's all right Go on! You know I got the way Someone said it's all right Someone said it's all right Weißt du welche Bands die Songs für das Spiel aufnehmen? Musst du selbst nachgucken mal eben Ich würd sagen es sind unterschiedliche Aber Mucke gefällt mir alles sehr gut Someone said it's all right You know I got the way Someone said it's all right Aber Mucke gefällt mir alles sehr gut Nein, ich hab einmal daneben Ich versuche meinen Job Ich muss dich sehen, Loser Ich bin raus! Moment, The Offspring No Breaks Aber die haben doch Zoe gesungen, oder? In dem Song Ich bin irritiert Oder ich hab's mir einfach eingebildet Das gehört immer noch nicht Das? Ich bin nicht Ja, ich bin nicht Das kommt Ja, bis zu und die Wurundern Die Kommunikation Auch Die Kommunikation muss Die Kommunikation Wurde Lage, ihren Zuhawn Dann Ich bin Sie Ich bin Ich bin Dann Ich bin Ach ja, das ist wieder so ein Video, das man einfach nicht monetarisieren kann und der Streamer spielt da ohne Ton sein. Aber so ist das halt. Es wäre sehr schade, dass man viel Musik einfach nicht verwenden kann. Ich sage das mit Liebe, aber Zee, du kannst manchmal ein bisschen schade sein. Just remind mich, dass ich nicht auf deinem Schaden bin, okay? Ich habe gesagt, in der Zukunft, aber egal. Hey, kann ich, uh, fragen Sie etwas? Ich war zu fragen, um deine Mutter zu fragen. Oh, du siehst du? Es ist... Es ist schon lange, seit, du weißt. Ja, seit dann. Ich meine, du hast wirklich nicht viel über sie, Zee. Du weißt, ob ich mich zu sagen, wenn ich zu persönlich bin. Ich bin sorry, Zee. Aber warum... Warum... Warum ist sie das? Warum ist sie weg? Have you, you know, heard from her lately? Oh, well, that counts, I guess. If you ever want to talk about that or 86, you know I'm here for you. So, you know how I've been working on this little construction project? Yeah, do you mind helping me with that? I could use a little manpower. Sure. K&Z, building stuff together. Nice. It's funny, this ramp looks like a bomb. That's a bit of a one. So, like I said before, it's gonna be a ramp. I know it doesn't look like it. That's why I need help. Bad. I'll hand you some Planks. Mind, nailing them? Ich schlage gerne auf Dinge ein. You see, you're scaring me again. Yeah, well, the hammer's over there. Here we go. Think a bit as therapy. Uh, not that you need it. Two more boys, incoming! Oh, ich bin zu doof für sowas. Nice, but we're just getting started. Nimm das Brett. Halfway there. Keep channeling your, uh, rage. Okay, die Maus ist natürlich bedeutend besser. Almost done. Keep going. Okay, let's stop there. Wouldn't want your arm to fall off or anything. You're not bad with a hammer, actually. We're not bad with a hammer, actually. We're not bad with a hammer, actually. Nice, but we're just getting started. Halfway there. Mit dem Controller wirst du das niemals so schaffen. Mm-hmm. Almost done. Keep going. Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Do-doo-doo-doo. Do-doo-doo-doo-doo. Ich muss mal sehen, wie ich mit Schramms hier umgehen kann. Schau, Zee, ich denke, ich denke, ich denke, du bist bereit zu hören, okay? Oder zumindest, ich bin bereit zu erzählen, zu Ihnen. Ich bin heute Morgen, am Anfang meiner Geburt. Ich werde dir die Tür unlocken. Ohne Kay macht es nur halb so viel Spaß. Ich muss, glaube ich, die ganze Playlist nachher mal bei mir reinschieben. 1. Mai vor allem. Ich glaube, bald Geburtstag. Ich glaube, ich mache bei mir auch ein Keep-out-Shield an meine Tür draußen. Einladender kann man einfach nicht sein. Guten Abend, Jarin. So viel Post, vielleicht sind sie umgezogen und haben vergessen, ihre Adresse zu ändern. Natürlich! Sie wurden entführt. Umerziehungslager. Dreh sofort mit dir. Ich schaue mich noch um. Ist das Funktechnik? Ich weiß, nicht wahr? Wolltest du sitzen? Ich sitze schon. Das ist ein Ort nie erwähnt. Vielleicht wollte ich es für mich selbst halten. Ein bisschen selbstverständlich, ich glaube. Manchmal komme ich hier, um zu denken. Manchmal nicht, um zu denken. Es ist gut für das, auch. Es ist gut für dich. Es ist gut. Und unbeziehungslos. Aber ich weiß, es ist nicht. Entschein, Zee. Ich habe ein paar Dinge, die ich muss dir sagen. Ich weiß, dass es so schwer, sich zu erinnern. Du bist Angst, aber ich bin hier. Ich habe deine Rückkehr, Zee. Nosey, es ist wichtig. Du kannst nicht immer von 86 sein. Du musst die Wahrheit faceieren. Schau, ich kann nicht vorstellen, was es war. Die Explosionen, die Schrauben fallen. Aber... Aber es ging nicht so, wie du denkst. Die Brigaden haben nicht den Verlust. Es war die Regierung. Du wirst es wissen. Aber du willst es nicht glauben. Stopp! Die Wahrheit liegt im Skatepark. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Was denn? Hm. Es ist eine ziemlich künstlerische Darstellung, ja. Aber ich finde es jetzt nicht so schlecht. Mein Gott. Ich werde es nicht fragen, Mutter. Mach es. Detonieren die Explosiven, jetzt. Entschuldigung, Sarah. Sie nehmen schon ganz schön viele Drogen wahrscheinlich. Anders kann man sich das nicht erklären. Ich weiß, wenn Kato wirklich am Ende lügt. Und ich gehe die ganze Zeit hier den Weg des Zweifels. Das sind Franzosen, was erwartest du? Dass ich noch vor fünf sehe. Bis zum nächsten Mal. Musik Channel de Imperator Willst du einen Rekord übertreffen? Nein, danke Ich finde das mit dem Fahren, das sind zwar schöne Stages und so Weil ich finde das irgendwie so ein bisschen deplatziert Auch wenn darüber ein bisschen Geschichte erzählt wird Aber du musst dich ja auf das Fahren konzentrieren Du kannst gar nicht auf die Umgebung achten Aber ich muss dir etwas anderes erzählen Und ich glaube, du magst es Zoe Es ist über den Mann, du hast mich gesprochen John He's not a family friend He's A black brigade Nein Ja, Zoe Was ist mit deinen Eltern und dir? Ich weiß nicht Vielleicht Sie helfen uns Aber Sie erwarten etwas von uns Ich weiß nicht, ob wir ihnen vertrauen können Was für eine Akte Und alles endet wieder bei 86, klar Warum erzählst du mir das? Und was soll ich tun? Sollte jetzt wirklich besser gehen Revolutionär oder Zweifler? Können wir den Brigaden wirklich vertrauen? Das geheime Büro meines Pfarrers von hier aus Kommuniziert er manchmal mit den Brigaden Er hat keine Ahnung, was ich davon weiß So viel Post Ich glaube langsam, dass sie auch verhaftet wurden Na, so sind die Ansichten halt anders B-B-F-F-F-L Bester Brigadefreund fürs Leben Und jetzt von mir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 It's a lot to process Yeah, I guess it has been It's a pretty big secret, isn't it? Well, like I said, I'm still angry, but you're welcome I guess you're wondering why we're not having this combo in person I'm grounded Again Dude, they caught me on camera one time too many vandalizing stuff Hmm, hmm Yeah, I'm used to it Look, I gotta go My dad wants to talk to me before he goes to the park I feel a lecture coming on Meet me at my place later I'm grounded, but I can still sneak you in Later man, over Yeah, you can take the routes again That we did with the different tracks Then let's talk about the brigades Let's talk about the brigades Sind we in Gefahr? No I mean, we don't think so You didn't tell anybody about us, did you? Tell me the truth now I didn't think so Robert had his doubts But I know you're a smart kid Robert? He, uh He just has his hands full these days Look It's important you don't trust anyone Not even your best friend Danke, Cass Nicht einmal meinen besten Freunden Heck no You just never know, who's on the other side Good Good Look Youngblood The situation being what it is Your parents gotta grab the file tonight Before the cops close in Here The codes for the safe that we promised you Don't let this fall into the wrong hands Kid, there's something you gotta know It's about Robert He's Tyrak's about to make his big announcement I hope it's to say he's a death door Remember Tell your parents it's gotta be tonight I'll pick you up at the spot, okay So long, kid First thing's first I need to set things right with Z Das find ich am wichtigsten Wenn du versuchst Hochverrat an einem Land zu begehen Was ich nicht kenne Na, was keiner kennt Weil es erfunden ist, aber Es wird dich umbringen 41186 Ich hab's schon notiert Ich hab's schon nicht idea I think the денег Er ook ein Grenst Ich hab' you Spannende Ich habe die ganze Laufkundschaft die wir hier haben ist also eigentlich egal ob hier Plakate hängen oder nicht gut Ah great Juhu, Foul-Holtz-Sieg über Rechtsvollzug. Hi, I'm here. I don't know. What you said on the rooftop? You kept the truth from me. I, uh, I guess you did. But I have my doubts about the government being what you say it is. You sound like a nutball conspiracy theorist. No offense, but it wouldn't be the first time. Uh, yeah. But, Big A, true love comes around only once in this lifetime. Have you told her how you feel? Yeah, right, Steve. This is Adam you're talking to. Hello? Dude, I think we're picking up Adam and Steves' Convo. Our frequencies must be mixing up. I think that's the answer is a bit paranoid. Beat us. You get the feeling someone's listening in, Adam? I do, actually. Gonna change the frequency. So long, suckers! Oh, we lost them. Oh, we lost them. Due to increased security measures, any person caught going through the trash risks immediate arrest. Have a nice day. Well, we have to. Adam's in love. We gotta find out with who. If you walk around, maybe you can pick up their signal. Zoe needs her hot goss. Noch mehr? Ach so. Officer Campbell speaking. What's your emergency? I'd like to file a complaint against my neighbor, Sonja Sanchez. She tosses her Champagne-Bottles into my backyard. That's my dad. Unbelievable. I think he's actually like secretly jealous of Sonjas drunken lifestyle. Immer schön saufen. So laufen die Medien gut. Ich bin auch. Viel lustiger, wenn ich betrunken bin. So denke ich jedenfalls dann. Will ich gerade, weil hier nicht die Kamera? Nein. Okay. The Lin Kid is a vandal. Aber wenn ich zweifle, dann werde ich für das Regime sein. Bin auch lustiger, wenn ich trinke, aber ich werde, aber ich trinke noch nie, sagt Kira. Es kommt auf die Menge drauf an. Aber ich glaube nicht, dass sie sie leidt. Das ist sie! Nicht zu begriffen, aber sie leidt mit Fan-Landers. Das ist was ich, irgendwie. Oh, Jesus! They're back again. So darn rude. Hey, whoever you are, let Steve and I talk in peace. Changing the frequency again. Ciao, Losers! I know, right? This is way better than Patreon soap operas. Rummaging in the trash. Teenager. Kein Mensch da. Immer schön, wenn Nachbarn sich gegenseitig nicht mögen. Oh, das ist das Schlimmste, wenn du Eigen, also Eigentum kaufst oder so. Weil du kommst ja nicht mehr weg. Alter, die haben hier Mini-Golf. Nicht, dass es mich interessieren würde oder so. Hey, you won't get away with this! Look, I'll give it to you straight, because that's how I roll. That's it! You gotta confess! Tell her! Stop beating around the bush! Yeah, right! I'll give it to you straight, because that's how I'm going to get away with it. Me, Adam Kopchak, tell Sonia Sanchez I love her? Forget about it! So obvious! Say it to yourself first, Big A. Say, I love you, Sonia. I love you, Sonia. I love you, Sonia. Oh, I'm sure she does. If she doesn't now, it's just a matter of time. No one can resist your chums forever, Big A. Now, say it again, but this time, like you mean it. I love you, Sonia Sanchez! Hell yeah! Now that's the love I believe in! Da kommt Sonia! That music! It's her! Come on, you got this big dog! Who the F are you? I'm Adam. I just want to say, I really love what you do. Well, bye! I love her so much! Doot 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 doot! Yeah! Love is everywhere! Whee! Let's go! Adam is crazy in love with Sonia Sanchez! Mind blowing stuff right there! Yeah! This isn't gonna end all right! Whee! Heeeee! Hey! Heee! Heee! I'm going to need to run! Heee! Heee! I'm going to need to run! And he's on the trap, Sonia! Heee! 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 Meine Güte, mach den Weg mal noch enger. Und der ist auch noch so. Dann halt nicht. Ich hole die Bonus-Sachen da nicht aus der Ecke. Ach, immer schön auf Droge sein. Ich hole die Bonus-Sachen. 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 Ich hole ihre Bonus-Sachen. Ich könnte deine Hilfe echt gebrauchen. Und wenn es nicht... Wenn es nicht, dann bekomme ich die Satisfaktion, dass ich dir falsch prüfen. Was, du weißt, du bist wahrscheinlich. Es ist nur eine Sache, die du mir versichern musst. Wenn das File wirklich existiert, dann möchte ich die White Sands mit dir und deinen Eltern verlassen. Dann wird es sattelt. Es muss heute Nacht erledigt werden. Heute? Was? Okay, jetzt gehen wir zu arbeiten. Also ja, wie ihr seht, habe ich das Spiel, das Steve euch übernommen hat. In einer Karte. Adam, hilf mir, es zu finden. Hilf dir auch im Haushalt. Ich denke, das Passage führt zu dem Safe. Tyrax office ist nahe. So es würde Sinn machen. Aber, du weißt, ich kann nicht sicher sagen. Dad, das Office war off-limits, als ich Babysacht Kalten. Kameras, Motionssensoren, Lasern. Tyrax hat alle die Sicherheits-Töne, die ein Präsident überhaupt wollen könnte. Der Gag ist, das Ding hier unten mit der Zeitung und so weiter, das lag vorher schon hier auf dem Tisch. Als wir das erste Mal bei ihr im Kinderzimmer waren. Das ist dein Weg in. Das ist dein Weg in. Keine Werte. Ja, das ist dein Weg in. Keine Werte. Keine Werte. Von Eltern auch den Brief geben. Ich denke, es ist bestimmt eine Rückblende auf dem Skateboard. Aber die nehmen schon alle fest. Wie zum Beispiel mein Vater und dann bleibt das bestimmt an uns kleben, beziehungsweise an mir kleben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich würde mir was ertrinken kommen, wenn ich Geld übrig hätte. Ich bin damit schon davon gekommen. Ich schaue ich nur um, weil er kann ja manchmal andere Sachen machen als die Dame. Hä? Bankräuber, ich glaube da liegt Geld und die haben Masken auf. Was machst du hier? Das müssen die Bankräuber aus dem ersten Game sein. Wissen sie von uns? Ich weiß nicht. Bleib hier. Mama, bitte geh nicht. Bleib hier, ich sagte. Und jetzt stehe ich hier und gucke. Kaito, es muss ein bisschen ein Fehler sein. Kein Fehler. Nur folgendes auf ein Tipp, dass es einige Sympathisers in der Gemeinde gibt. Das ist totale Polizeiwillkür. Wobei es gar nicht stimmt, weil sie gehen ja einem Tipp nach, also es ist keine Willkür. Nur weil wir Außenseiter sind. Well, that's where the Brigades come from, isn't it? If the shoe fits, right? But we'll let the inspectors sort that out. Oh, speak of the devil. Here they are now. Put your hands up, now! Separate the kid, Rick. Let's have a word with him. Lookie here, a walkie-talkie and some kind of note. Put it with the rest. Quiet! Look, we found all this stuff on you, or in that little apartment of yours. We're gonna need some explanations. Now. Hmm. Wir dürfen nicht wissen, dass ich Papa, Baby und 1991.9 die Stimmen der Brigaden höre. Got this, because you listen to a specific broadcast, don't you? Yeah, the black brigade broadcast. When you could be listening to GNN? This one's on the road to immorality, Rick. And he's driving 100 miles per hour. What are those numbers anyway? 4-1-1-8-6? I know those numbers. Oh, yeah? Yeah. That's Colton's birthday. April 11th, 1986. Why the hell do you have Colton's birthday on a piece of paper? It's not on your calendar already? Suspicious. Extremely suspicious. They all want to answer the right slime in the ass. A leaflet for Flores. I'm gonna puke. Smart, kid. Real smart. Trouble is, I don't buy it. Yeah! Yeah! That makes two of us, Rick. Use that to talk to the brigades? Is that it? Practicing to be a cop? I don't know, Rick. Something feels... off. Yeah. Something just... doesn't smell quite right. How are things looking with the kid over there? Pretty sure the kid's a BB. We just don't have enough to bring him in. But give us time. I see. Peach fuzz. How about some water? This look like your sign-off, Mr. Campbell? Stay out of this. They're doing okay, kid. Just... Just hang in there. All right? Zip it. Panic. We're letting the parents go. They've paid the fine. Now let the kid go, too. Over. Let the kid go. What? Already? Get out of here, kid. But we'll be watching you and your parents. Understand? Kaiso! The next trip. So long, Petria. Here we go. Here we go. So beautiful. Hallo, ich bin gesprungen. Let's go. Yeah! Woohoo! This country is so cool! This country is so cool! Yeah! Yeah! What?! What's going on?! Yeah! What?! What's going on?! Uh... Hehehehehehe. Hehehehe. Anzu, er ist wachsen. Mach mir wegen der Akte. Sie haben uns gehört, was sie gesagt haben, Kaito. Wir können es nicht machen. Und? Heute? Das ist nicht möglich. Sie sind verrückt? Nein, nein. Das ist verrückt. Der Job müssen wir warten. Wenn wir das überhaupt nicht machen, ich weiß, was John und Robert sagen. Und wir können es trotzdem. Aber nicht jetzt. Es wäre einfach nicht smart. Entschuldigung, Kaito. Aber wenn etwas zu dir passiert... Versprochen ist versprochen. Mama trägt sogar zu Hause ihre Handschuhe vom Putzen. Geil. Jetzt sieht es bei uns genauso aus wie bei Zoe. Diese Schweine haben unsere Klamotten durchgewühlt. Vielleicht müssen wir die verbrennen. Die Kühlschrank ist leer, aber es waren nicht die Polizisten. Immerhin etwas. Was ist es, Kaito? Richtig. Ich habe gerade gesagt, ich hol die Akte. Und dann schickt meine Eltern mich vor die Tür. Ja, können sie sich auch besser kontrollieren, dass ich das nicht mache. Kido, bist du da? Over. Bist du okay? Du bist nicht so gut, Kai. Was ist passiert? Was? Ich habe Müll auf dem Boden gehört. Ich habe Müll auf dem Boden geworfen. Oh nein, ich wurde entdeckt. Ah, wir sind schnell weg. Ich weiß nicht, ob das nicht so radikal ist. Ich kann nicht glauben, dass er eine Brigade war. Ich dachte, ich ihn wusste. Du einfach nie wissen, hast du? Hey! Du wirst nicht weg mit dem. Wir sind jetzt. Hey! Hey! A- Und danke, dass ich den Track nicht auswählen darf beim Kassettenspieler. Beim anderen konnte ich auswählen, welche Kassette ich da reinstecke. Ich muss mal kurz am Handy gucken, weil ich habe eine merkwürdige E-Mail bekommen. Ist aber nicht so wichtig, kann ich später noch nachschauen. Oh, der Offspring, keine Brakes, sehr schön. Das könnten wir bestimmt nicht verwöhnt sein. Ich muss dich aufwählen, um zu gehen. Junge Colton ist tief in der Reflexion. Ich werde das tun, Frank. Warum nicht einfach so gehen und spielen? Ich kann nicht, Colton. Ich bin dein Körper. Immer muss ich sein, nicht zu spielen. Was mache ich, du fragst? Ja, ich bin der Vater. Ja, ich würde ihn in personen contemplieren. Aber Vater sagt mir, dass das etwas wunderschön ist. Das ist eine echt gute Kindheit. Das ist eine gute Kindheit. Move to the right, move to the left. Wollt ja nicht hören, weil ich dachte hier wär noch irgendwas. Naja vor Polizisten will ich das Ding jetzt nicht beschmieren. Wollt ja nicht hören, weil ich das Ding jetzt nicht beschmieren kann. Wasserverteilung. Äh, was ist denn dann für jemand wie mich? Wir wollen Tyrex! NOOOOO! Du bist in der Park, oder? Du, die Sprecher lacht. Wundere warum. Sie sind booing? Tyrex ist nicht auf der Ebene, oder? Oh, aber mein Vater ist. Ich weiß, wie du fühlst über die Regierung, Kaido. Due zu einer Art von Brigade Sabotage... ...Präsident Tyrex's announcement wird verlassen. Cowards! Despacable cowards! Look auf der Brightseite. At least sie nicht wissen, dass es uns, die die Sprecher lacht. Nachdem uns in 86... ...hier sie sind, zu ruinieren, diese Sprecher lacht. Das ist so schwierig. Aber nicht mehr. Wir werden das Problem verletzieren. Und Tyrex wird erneut. In der meantime... Die Sprecher lacht. Oh, keine Lautsprecher. Ich schade. Ich will eine Sonja-intervelure. Und um den walken. Ich will das listening. Ich will das hören! Warum in der Welt ... machen wir das? Du bist ja so bekannt ein? Mhm. 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 Mein Gott. Der Präsident Tyrak ist bereit zu machen seine große Announcement. Ich bin mit einem Mitglied der Little Tyrak, um, ähm... Kib, dein Name! Danke für uns, Joey S. Bevor wir noch weitergehen, würde man einfach singen ein bisschen von deinem Song von Tyrak, Ooh Baby, Tyrak Baby, ja? Ja! Tyrak, ooh, ja! Das ist großartig! Jesus, das war schrecklich! Also, du musst dich über die Tyrak'in Anouncement sein. Any idea, was er sagt? Dan, wir werden einfach das ausprobieren, okay? Everyone knows Tyrak's first term was magisterial. What was your favorite moment? Yeah, we'll make a small cut there, Dan. A little snip snip. Okay, so, last question. If you could send a message to Tyrak right now, what would it be? Er ist der frei, nicht die Brigaden. You know what, Dan? I think we'll edit that one out. Put in some pics of Colton or the wall. A little voiceover on top. It'll be good. Okay, last thing. Would you mind singing one last time? I'm sure that first time was an anomaly. Tyrak! Ooh, baby! Oh, my lord. Nope. No anomaly. And that's a wrap. Congratulations. You are the worst singer I ever heard. And I sincerely hope I never see you again in my life. Dude, you did it. Ha ha. Ha ha. Anyway, well done. Challenge accepted and destroyed. But, you know, saying what you did, that was risky, man. Zoe, I have ice cream. Oh, that's, uh, Adam. I, uh, gotta go. Max, Adam. Yeah, if I like ice cream. Hey, you sure you want to stick around for Tyrak's announcement? Suit yourself. See you later, okay? Just, what? Don't do anything stupid. Please? Stell nichts Dummes an. Well, they tried to sabotage this day, but they failed. Citizens. I'm here today to announce my candidacy for the election of Regains. Can't hide from me. Traitors. For a future without fear. A future without forgiveness. Vote Tyrak! Ten more years! Ten more years! Ten more years! Ten more years! Gott scheiße Ach da muss ich gleich drüber Du dum 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 Upsala Ja 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 Das ist alles so typisch Frankreich Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, kommunikation mit individuellen außerhalb der Gemeinschaft muss erledigt werden. Verzüge zu tun werden, wenn es unverletzt wird. Danke. So, are you... Are you okay after that speech? Natürlich geht's mir gut danach. I'm sorry, Kaido. Hey, could you do me a favor? Klar. Can you give me a tattoo? Chill. It's just a mocker. That doesn't mean you're allowed to screw up. Got it? Okay, let's scar me for life. Or a couple of days, anyway. Just follow the lines, okay? Okay. Okay. Ach du Scheiße. Der ist ja richtig scheiße, der Stift. Ja, deshalb wird es auch richtig scheiße aussehen. Oh, I'm gonna sneeze. Das ist der typische Ein-Euro-Ladenstift. Es muss man auf meine 열heil sein. Das ist gespeich. Ganzes care. Da geht's ja richtig 십. ห In echt würde ich das natürlich zehnmal besser können. Abgepauscht habe ich früher viel als Kind. Wahrscheinlich ein Nicht-Albatros sein. Das ist ein Nicht-Albatros sein. Ja, ich hätte da einfach irgendwas drauf meinen können. Aber ich glaube, wenn ich einen Penis gemeint hätte, dann hat er sich beschwert. Ich habe es wohl drauf. Wir sollten über den Einbruch sprechen. Warum bleiben Sie hier nicht, und wir gehen über alles, bis es Zeit ist, den Job zu machen? Okay, nur ein bisschen mehr Arbeit, und Sie und Ihre Eltern haben alles, was Sie tun müssen, und Sie müssen das tun. Es ist fast Zeit, jetzt. Bleib bei deiner Freundin, bis es Nacht wird. Ihr Eltern können nicht den Job machen? Wenn, wenn Sie mir sagen? Ich werde das selbst machen, okay? Du kannst das nicht auszupassen. Was sagst du? Ich werde das mit dir. Wenn das FIAL existiert, dann auch ich schlaue White Sands. Ja, Zee, natürlich. Gut. Jetzt komm. Es ist ein Tuesday. Das bedeutet, dass Steve ein Double arbeitet. Das bedeutet, dass Steve einen Kaffee trinkt, um weg zu bleiben. Wenn ich richtig bin, sollte er jetzt schlafen müssen. Ich hätte auch keinen siebten Sinn, wann Leute pink hingehen. Die beste Literatur Petrias. Diese beiden S- und M-Bankräuber sind schon wieder auf dem Cover. Was ist nur los mit diesen Kerlen? Außenposten D, Tyrak, Gästezimmer, Colton. 3, 1, 4. Ja? Es ist Colton. Er kann mir helfen. Wer ist das? Lani? Du klingst nicht wie Steven. Ich glaube, du wirst nicht. Hi. Steven. 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 Ich bin der 10-jährige Sonne seiner Excellency. Ich brauche meine Reste. Die Gäste? In dieser Stunde? Ich bin in einer meiner vielen Pären von Silken Pajama. Ich weiß gar nicht, Kommander. Wie weiß ich das nicht, Kommander? Wie weiß ich, das ist kein Hobby elaboriert? Ruse Debatable Yes But I wonder if maybe she has lowered her standards Lowered my standards? You know what? Fine I'm coming Hold on What are you two doing here? Where's Steven? Colton, we need your help Can you open the gate? And why would I do a thing like that? Oh, I should first try to see myself in the middle of the gate I love Top Secret Missions For chance could I join? What does that entail? That's the person who watches the gate And isn't seen when Steve comes back from peeing Honestly, that doesn't sound particularly interesting No, you'll have to do better Let's see What? Honestly, that would be delightful I find Frank almost intolerable these days Fine I'll babysit you Colton Yeah, you will 7.30pm Next Friday night And don't be late Colton steht auf Zoe Colton steht auf seinem Babysitter The gate is open And Frank isn't beside me Now he's hot there up Party hard Oh no Bodyguard Okay The side entrance Like we talked about Don't let the camera spot you I got this, Steve Zee, the guard's at the door I'm on it Tyreek really needs an interior decorator Focus, Kaido Yeah Yeah He really does First, we need a diversion for the surveillance room Grind the railing Then trigger the fire alarm Okay Okay Ah Mein Gott Wollt nach ganz links rüber Wegen dem Bonus Nein, erneut versuchen Ach witzig Wenn du das zu häufig nicht schaffst Dann wollen sie sich einfach durchschicken Das Problem ist Du hast halt keine Sicht Ja, die Perspektive ist echt doof an der Stelle Nein, komm Dann mach ich es auf Nummer sicher Das ist der richtige Weg Ach komm schon, ey Das Anzahl Tode 100 Meine Güte What now There That should keep them busy We'll go to the surveillance room And we switch Strange I don't remember the hallway being a slot Take a left Now That was close You need to go You need to go Right I thought you said you knew this place See I do I mean pretty well Take a right Now We go We go Zoe Left Right Go Left Wrong way I don't remember the hallway being a slot Warum wohl Take a left Now That was close You need to go You need to go Have we sich früher so viel Früher so viel verfahren Weifahrer hat doch nie eine Ahnung wohin I do I mean pretty well Take a right Now We go We go Zoe Left Right No The left Okay I'm in What do we do now Next step We cut the power to sneak into Tyrex's office Right I see the electrical room But There are lasers 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 I like your confidence Go Z Go Z Whoa Das war's für heute. Ich weiß, dass Kind da Bilder immer dran, weil es sein Vater nie sieht. Ah, wie bei Duke Nukem 3D. Aber andere werden diesen Trick von... Oh, nicht Overwatch, äh, Watch Dogs kennen. Sollte ich ein neues Micro Machines eigentlich rauskommen? Oh, das gibt's doch nicht. Weil zuerst nach Rechtssteuer hab ich da die Arschkarte. Das war's für heute. Wann die wirklich mehrere Monate konstant breit bei dem Game? Das nennt man gewisse Kreativität. Wollt nicht berühren. Ja, einfach mal halten. Ah ne, unten durch. Da war es auch unten durch. Aber perspektivisch ist das halt einfach Hölle hier immer wieder. Ja. Eine Akte mit Kram. Ich muss so dringend pinkeln eigentlich wieder. Aber ich versuche gute Entscheidungen zu treffen, wenn man, ne, sagt man ja, wenn du pinkeln musst, machst du die besten Entscheidungen. Hallo, ich bin Sonja Sanchez. Ich bin Sonja Sanchez. Ich bin Sonja Sanchez. Und das ist... ...The Sonja Show. Jesus Christ. Is your beautiful white sands home protected? Good day. Kaio! Ich werde bestimmt den Jungen finden. In unserem Geheimversteck. Äh, das ganze Geld aus unserer Roadtrip-Scheu, äh, Roadtrip-Box ist verschwunden. Ach, so wollte er abhauen damals. Jeder in Petria würde dich suchen. Ich könnte meine Leben und meine Eltern in gefährlich sein, nur so dass du einen kleinen Roadtrip kannst. Kaido, komm, Biggie ist expecting uns. Schau, ich muss gehen. Also, ich denke... Ich denke, das ist ein Geheimnis. Ich denke, du hast eine schöne Leben, sehen Sie? Du hast deine Promete genommen. Und du hast mich benutzt, Kaido. Aber das ist nicht vorbei. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Also, das ist wo du hast. Komm, Madame, Zoe. Und wir gehen, dein Vater. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ich werde dich, Zoe. Und nicht versuchen. Nein, Adam. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ich bin vor dem Tyrak. Dort ist der Kolten mysteriös. Das war letzte Nacht. Die Polizei, Sie haben eine ares! Herr Minister! Ich habe sie geschlossen. Zoe, geh in deine Wohnung! Das ist die letzte Zeit, Adam. Das wird wieder passieren. Nein, es wird wieder passieren. Nein, es wird nicht. Weil du sie gefangen hast. Nein, Adam! Mein bester Eislieferant. Beim GNN, äh, das könnte... Äh, Galaxy News Network auch sein von Master of Orion damals. Das einzige, was mitnehmen willst, ist deine Trompete oder Posaune. Ich bin nicht mehr sicher, was sie spielt. Warum, Sam? Du kommst mit mir, Mom. Oh, das könnte sinnvoll sein. Das Toilettenpapier ist wichtig unterwegs. Game Boy mitnehmen, äh, man weiß ja auch nie. Jetzt! Wir haben einen Job, zu tun, Dan! Ich kann trotzdem zwei oder drei mehr Sachen nehmen. Zahnbürste! Ja! Fünf Sekunden! Hm. Es ist Zeit, um. In, Three, Two... Wie Sie sehen, Sandstorm, Sohn und Eichel, Adam! Das ist ein... Wer ist das? Adam? Du musst dich, Joll! Ja! Yes! Phase I complete. Colton! Colton Tyrak! Colton! Colton! Zoe! Over here! Quit! Before they see you! Okay, I've never been better. Thanks to you, Zoe. I have a new lease online. Is there a color in your face? The freedom is good. I agree. Sometimes I miss friends. I think we're both better off this way. But Zoe, what about you? What are you doing out here in the storm? I heard some cops talking about him and his parents. They left white tents too. I need to ask you something. When I let you into father's palace, you stole something, didn't you? I thought so. Look, whatever it is, it's fine. I know my father isn't the best person on the planet. Don't mention me. Zoe, I think I know how you can escape from white sea. Hold it! Hold it! Hold it, Tyrak! Hold it! Yes, but you'll have to follow me. You freed me from my shackles. Now I'll free you from yours. What? Madam Zoe is missing too? Zoe! Come on! We don't have much time! Remember that movie you let me watch one time when you babysat at me? Where is everything over my house? The killer pineapple. In this firework of art. The protagonist cleverly created a version to evade the man eating pineapple. We could do something similar so you can escape. The fireworks they were to use for father's important announcement. That could do the trick. Hopefully they're still in the storage shed. Now we'll just have to find a way in. Yeah. If it wasn't so much to do so. Also, you can push the back the other way in. schlagen. 150 Raketen, 1400 Böller, 81 Rauchbomben. Halten Sie den Zugangscroll für den Schuppen unter Verschluss. Unschuldige Tai-Chi-Teilnehmer wurden verletzt. PS, die Feuerwerkskörper für die Ankündigung von Tyrek wurden nach drinnen gebracht. Die Brigaden ruinieren alles. Sämtliche Lieferung der letzten Zeit stammt von einem Ort namens Biggies. Ist Kaito dorthin gegangen? Ich werde mir die Adresse notieren. Warum liegt hier eine alte stimmende Socke? Ja! Ja! Sie haben ihn! Ja! Sie haben wirklich die Ausstellung eines künstlerischen Kriminellen. Jetzt werden wir sie von der Rooftop. Ready? Wherever you want! Fire away! Oh no! Father, oh no! Father, it's burning! Wir werden angegriffen! It's the Brigade! Now, Zoe! Schauführer, Junge. Du bist cooler, als wir gedacht haben. Der Wind ist auf deiner Seite. So, close call. Oh, oh, oh. Look at that. Unbelievable. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guck mal, hier steht einfach irgendwo eine Dose. Aber ich trinke die einfach mal. Kein Spiegel? Haben sich wohl zu viele Leute damit verprügelt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Betrieb wurde für eine Stichproben-AT-Untersuchung ausgewählt. Jegliche Hinweise auf Brigade-Aktivitäten führen zur sofortigen Verhaftung und Schließung des Betriebs. Einen schönen Tag noch. PKB Eine Kist mit einem Haufen illegaler Radioteile. Das könnte definitiv ein Unterschlupf sein. Oh mein Gott! Hallo? Was könnt ihr denn hier so ein entspanntes Spiel mit mir machen? Nachdem man hier so dreieinhalb Stunden rumgeschillt hat. Nein, du hast mich erschreckt. Yo, I'm not the one creeping up on Peeps. You got issues, don't you? My name's Alex. Maybe you've heard of me? Nein, tut mir leid. Oh, one day I'll be famous. Don't worry. I'm gonna do something big. But, who are you? Ich bin eine weitere Jugendliche. Oh, I get it. Secrets. I can get down with that. But can I ask you what you're doing here at least? You gotta give me something. Ich suche nach einem Freund. Maybe I've seen this friend. But, can I trust you? Sehe nicht gefährlich aus. Look like you need a bath. Yeah, blue hoodie. Kind of torn. Yeah. He did kind of have a stupid expression. Funny. Anyway, Homeboy and his parents were here. And some guy named John. Looked like a bear. All hairy and wide. Nah, they left at dusk. Just miss them. Biggie helps out families like that. There's a system in place. Let's take this combo outside. I got a van to repair too. Unitasking is too easy. No, not yet anyway. But Biggie says, if I get it up and running, it's mine. Haha, no it isn't. Inside it smells like feet. And death. Could I ask you a question, homegirl? So like, after you catch up with said kid in hoodie, then what? You gotta keep going? Try to cross the border? That's what kids are doing. Well, I was eavesdropping a little. I know. Kind of rude. But I think they said something about meeting up with a guy named Bob or... Robert? Yeah, that's it. I think they were trying to meet them somewhere. They spent a lot of time in the back room, where we just were. Maybe they left a clue or something. Can you come with me? Yo, you gotta toughen up if you're gonna be on the road. Look around the back room, where we met. Maybe Blue Hoodie left some clues. Noch mehr Papier. Unseren Treffpunkt findet ihr in diesem Spinn. Vernicht die Beweise, soweit ihr dies gelesen habt. An Familie Lin. Und Tag Juli, grüß dich. Wir müssen auch dieses Spiel jetzt gerade beenden. Deshalb kein größerer Dialog. Wir sind jetzt gerade am Ende. Jetzt darf ich hier die ganzen Papierfetzen suchen. Rosa Klopapier. Wir sind jetzt in der Backroom. Ich war im Hinterzimmer. Ja, leck mich. Das ist das letzte Stück Papier. Das steht zum großen Bären. So, naturally, I suspected something was wrong with the hydraulic valve lifter. But... But I was wrong. Problem was, you guessed it. The serpentine belt. What about you? Find a clue about where blue hoodie is heading? Oh, I know the place. About a day's walk from here. I'd give you a ride, but I can't reach the pedals. I'll come to the pedals. But I have an idea for that. Easy, dog. It's late. I'm probably sleeping now anyway. You should do the same. You see in the circles around your eyes? Look like a raccoon. Sure do, but first, can you grab me some marshmallows from the kitchen? I need brain food. Alex is gonna pull an all nighter. Wirklich? Warum schickt die mich jetzt zum Ende nochmal hier überall hin? Bei Marshmallows machen überhaupt nichts satt. Großer. Äh, hallo? Up here, dog. You see the ladder? Take a seat, homegirl. You got the mellows? Thanks. Beautiful, huh? Petria might not be a utopia, but it sure can be a pretty place. Right? And it's even better up north. There are mountains there. And forests. And the air is so pure. You should go there. With your friend. Or your enemy. Or whoever blue hoodie is. Did he... Did he leave you behind? I'm sorry. But maybe he had his reasons. Hmm. Er sagt, er hatte seine Gründe. What's he doing? I see. I know it's not easy. Believe me. But... Maybe one day... You could forgive him? Hmm. Well... You should probably get some rest, right? Take my cardboard palace there. I won't be using it tonight. Tien's got to stick together on the road. Don't we? No, no. No way. But I'm going to go. Ich weiß auch so lange nicht, dass ich Karies riskiere. Äh, Zahnbürste. Der Typ da drin sieht aus wie John, ich frage mich mit wem er spricht. Ist das vielleicht Robert? Das ist was er gesagt. Er sieht die Kinder, dann gibt es ihnen die Idee. Brigades, ja. No doubt about it. Ja, ich denke wir haben. Sie sagten uns, dass wir eine Brigade aktiviert werden können bei Big Bear. Das ist verrückt. Ihr hört sich anders aus. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir sind hier, um dich zu retten. Eben Sie bitte einen tiefen Blick, und fahre Ihre Umständen. Siehst du die Brigade oder nicht? Da du bist! Ma'am, ich werde eine letzte Mal fragen, ob Sie die Brigade sehen, oder nicht? Ich verstehe. Na gut, Ma'am. Hier, die Schläge. Robert hat die Ideen. Du brauchst ihn an der Grenzen. Er, er, einfach möchte dich erst sehen, Youngblood. Robert will see Kaito? What? Why? All right, Youngblood. Just a heads up. Robert probably isn't in a good mood. Rarely is. But don't let it throw you. Well, it's time for this old dog to get back on the road. Viva the revolution, Youngblood. Now I really should get going. Got a meeting with some kid named Alex. Supposed to be a certified genius or something. Not gonna hold my breath on that one. But some advice before I roll out of here. Get the IDs before you give Robert the file. Okay? Good. Almost forgot. Tell them inside that Mr. Ursus sent you. A code name I have. That's important. Well, Mr. and Mrs. Lin. Youngblood. Good luck crossing. I'll be thinking of you on your journey. Tschüss, Ursus. What are you doing? What are you doing? Putting the file in a safe place? You heard, John. First, we make sure we get the IDs. Then we give Robert the file. Your mom's always right. 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 So I'll do it too, Kaito. Just take the IDs and come back out, okay? We'll finish getting the car ready. When you come out, we leave, okay? And then we can start our new life. See you soon. And I'll do it. What do you want, kid? Robert? Funny. I don't know anyone by that name. Okay, now you're talking. You'll need the code for the door. It's the year of the attack. 1986. Da sind Spiele so oft gefallen, dass es schwierig wäre, das zu vergessen. Das wäre eine Quittung für eine Statuenattrappe aus. Ah, ein Schlüssel. Warum auch immer es einen geheimen Schlüssel noch hier gibt, den man dann finden muss. Damit ein bisschen was zu tun hat. Warum gibt's so viele Bilder von Teenagern? Wahrscheinlich weil sie wirklich Leute ausbilden für ihre Sache. Robert war mal Lehrer. Come in. You must be Kaito. At last we meet. John taught me a lot about you. Ein Bauplan eines Kindes für eine Bombe. John did, did he? Well, he told me it was you who got the fire. But, that you ratted us out. Is that true, Kaito? Are you a snitch? Nein. I don't like snitches. Snitches deserve stitches. And a bullet to the head. Brass tacks. Sure, I understand. But sit. I want to make you a proposition. That's better. I do believe there's a role. A very big role waiting for you in the brigade. But I want to see how committed you are first. Do you know what this is, Kaito? Hmm? Well, sort of. But it's more than that too. It's a way of life. A brigade way of life. Do you understand what I'm offering you? Oh, and don't forget about your IDs right over there. Oh, that's excellent, Newton. You've made me very happy, Kaito. Very happy indeed. Something's not right. Come on. What was Kaito's mom putting in that car? It's not what I think it is, is it? Hmm. Ach, die Akte. Oh, yes. What's, what's going on here, Kaito? Your son just became a brigade, Mrs. Lee. You must be very proud. Now, I want the file. Give it to me. I want the file now. What? Of course not, Kaito. I care about you. I care about you a great deal. But I must think about the revolution, no? Now, be a good boy and get me the file. Take it. Take the keys. Oh, but there aren't any bullets in that gun. But we'll get you some soon, okay? I'm waiting. Yeah, everything's fine. He's just my parents. What's going on here, what's going on here? Forget something, kid. I'm looking for this, Kaito. I've always thought, a brigade layer would be cool. But a rust stop? This is kind of lame, Kay. Man, you are so lucky I didn't call the cops on you. You have almost called the cops? You have a communication problem. Oh, my God. Are you hearing yourself right now? You sound like a monster. Look, I don't have time for this. Just give me the file, Z. My apology? What? You lied to me, Kaito. You used me. And you seriously underestimated me. I don't think we can. You dynamited our friendship, Kaito. No, it's too late for that. But hey, things are looking up because now I have the infamous file, which probably doesn't say anything anyway. Oh, no. You want this file? You'll have to come and get it. I'm going to have to put the file on the right side. I have to probably zweifeln perhaps. I have to have both of them to leave. Okay. Uh... Why not? Oh, why not? Oh, yes. Na nie, Gwitschle. Oh, come on. Oh, oh, oh. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Schön dargestellt. Fühle mich direkt wie bei DragonBot Z. K.O. Finde schön! Jetzt geht die echt mit der Akte weg. Und jetzt geht die 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 Akte weg. Kaido, bist du da? Kaido? Kaido? Kaido, bist du da? road 96 da müssen wir müssen wir doch das hauptspiel auch mal spielen glaube ich aber gar nicht mal so schlecht gemacht also ich finde zwar und ich finde diese zwischenabschnitte wurde halt die waren zwar cool gemacht vom level design aber die waren halt gameplay technisch nicht so geil aber musik war sehr gut musik hat mir sehr gut gefallen macht immer viel auslandspielen finde ich ich dachte möchte er schießt die eltern halt als hauptspiel aber heute nicht mehr spielen also hauptspiel ist ja auch ein spiel in hauptspiel hier aber es ist halt die vorgeschichte von dem spiel was ich früher nicht gespielt haben was ich aber jetzt doch definitiv noch spielen sollte die tage mal weil ich glaube dass das hauptspiel sogar besser ist von der geschichte und wir haben jetzt einfach den input was dann sag ich mal weshalb so diese ganze situation entstanden ist auf der road 96 zwischen den beiden so auf start gedrückt dass die musik weg ist was noch besser love ich weiß es nicht also road 96 war damals wirklich schon sehr gut bewertet aber es ist einfach mir vorbeigegangen wobei ich so story lastige spiele schon mag ja auf youtube sage ich tschüss an der stelle wir sehen uns dann bei road 96 noch mal wieder das werden die feeds also viele schon kennen und bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video